Na typisch, freut man sich auf was und dann nichts los. So ein bisschen wie beim Fernsehgucken, man sieht auch meistens nichts, wenn man einschaltet. Dabei gibt's sowas. Ja, Fernsehen, wo immer was Gutes läuft. Live-Sport jeden Tag in der Woche, eigenen Sender für Action, eigenen Sender für Comedy, das größte HD-Programm und Moment, jede Menge Tierdokus. Es ist Zeit für besonderes Fernsehen. Es ist Zeit für Sky.